Okay, ich bin ruhig. Die dürfen auch. Wir müssen sogar. Wir müssen sogar. Das Landgestell habt ihr gefunden, ja. Es ist noch ganz, nur die Schrauben abgerissen. Nice line. Ja, das Landgestell ist noch ganz, nur die Schrauben sind abgerissen. Ja, was die Schrauben hat, ist klar. Ja ansonsten, der Heli hat auch natürlich ein neues Secord dran und weiter geht das. So, jetzt haben wir am Start hier mit einem Soxos 5,50. Ich lerne auch nie aus. Siehst du? Der Jan Müller, hier aus der Schweiz. Fliegst du nach dem Siegel? Einfach nur so? Einfach so. Nur schweben oder auch Lücken? Knapp. Okay, wenn ihr ihn anfeuert, macht ihr einen Lücken. Aus der Schweiz hier. Talk for 5,50. Jan Müller. Knapp. 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 Oh Gott, ich glaube das gibt man. Oh, ganz ganz schön. Das ist geil. Das ist geil. Oh Gott. Oh Gott, off. Der Mensch ist ein Hexer drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber jetzt nicht mit dem Ruder wieder nachmachen, oder? Ja, und jetzt kommt es hier extrem tief. Ja, ja! Was geht hier den Jungs zu essen morgens? Mann, Mann, Mann! Obes Wien! Aus der Schweiz, hier ist Soxsox550, Jan Müller! Sox! Sox!